Karte Nummer 8, meine Damen und Herren, zum zweiten Mal bei uns in Berlin mit einem neuen Titel, den BG Thomas weltberühmt machte, die deutsche Fassung Mädchen meiner Träume. Mike Fender, die Acht. Allein sein, das ist schwer, und ich wünsche mir so sehr, dass ich jemand fände, dann wär die Einsamkeit zu Ende. Hey, wo ich geh, da frag ich, wo bist du, Mädchen meiner Träume? Denn ich, ich sehne mich, so wie du nach Liebe, so wie du nach Liebe. Und dann, irgendwann, folgt sie diesem Klang. Drum spiel für sie die Love-Melodie. Hey, wo ich geh, da frag ich, wo bist du, Mädchen meiner Träume? Wenn ich, ich sehne mich, so wie du nach Liebe, so wie du nach Liebe. Und spiel, spiel für sie die Love-Melodie. Hey, wo ich geh, da frag ich, wo bist du, Mädchen meiner Träume? Wo bist du, Mädchen meiner Träume? Denn ich, ich sehne mich, so wie du nach Liebe, so wie du nach Liebe. Wo ich geh, da frag ich, wo bist du, Mädchen meiner Träume? Denn ich, ich sehne mich, so wie du nach Liebe. So, das war Mike Fender mit der Steirich Nummer 7, das Mädchen meiner Träume. Regie, Druck, Branson, meine Damen und Herren, auch diese Sendung, die so endete wie heute Abend, war natürlich eine Sendung ihres ZDF, aber das gehört zum Trubel in Berlin. Ganz einfach dazu, auf Wiederschauen.